Stadtverwaltung Frankfurt, nach der Stadtverwaltung zur Tanzschule. Hier geht es um deinen Tanzerfolg und darum, dass du ganz bequem bei dir zu Hause in Frankfurt tanzen nennst, indem ich als Privattanzlehrer zu dir nach Hause komme und dich tänzerisch fit mache. Und das nach deiner Anmeldung in der Stadt. Wunderschönen guten Tag dir, hallo, hallo, sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Schan, Schan Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne auch dir. Ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen. Denn hier geht es also um deinen Tanzerfolg und den ganz bequem bei dir daheim. Ich komme bei dir vorbei. Wenn es für dich in Frage kommt, übermischt im ARDTV, IHK, World, Dance, Konzil, Gütesiegel, ausgebildeten Privattanzlehrer, Tanzprivatstunden zu dir nach Hause zu holen. Wenn das für dich interessant ist, eine Lösung sein kann, wenn dir die Idee gefällt, dann lass uns für deinen Tanzerfolg in Kontakt kommen über die Nummer 0176 84044 661.